Sorget um nichts Eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der Einverstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne befahren in Christus Jesus. Im Übrigen, meine Brüder, was wahrhaftig, was lehrbar, was gerecht, was keuch, was liebenswert, was wohl lautend, was irgendeine Zugend oder ein Lob ist, dem denkt man, was ja auch gelernt und empfangen Und gehört und in mir gesehen hat, das tut So wird der Gott des Friedens mit euch sein Sorget um nichts Sondern in allem lasst im Gebet und flehen Mit Danksagung Eure Anliegen Vor Gott kund werden Eure Anliegen 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 Untertitelung des ZDF, 2020